Ich grüße euch heute ganz herzlich vom Geisterspiel in der Olympiahalle in Innsbruck. Aufgrund von Corona oder von dem Coronavirus, Covid-19, gibt es heute keine Zuschauer hier in der Halle. Es ist ein Live-TV-Spiel, also bei Sport 1 kann man es sich angucken, aber wenn dieses Video auf YouTube erscheint, dann ist das natürlich schon vorbei. Es ist irgendwie eine besondere Ausnahmestimmung hier in der Halle. Hier seht die Jungs, die machen sich gerade warm, spielen zwei mit zwei, auch teamübergreifend. Also die Alpenvolleys mit den Grizzlies machen sich da gemeinsam warm. Ein sehr schönes Bild, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Und insofern finde ich es schön, dass ich das gerade so einfangen konnte. Insgesamt ist es eine gelöste Stimmung. Alle sind trotz alledem gut drauf, auch wenn Corona im Moment nicht nur die Medien, sondern auch unser gesellschaftliches Leben bestimmt. Stop! Stop! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. Ich freue mich jetzt auf ein hoffentlich trotzdem spannendes und aufregendes Spiel voller Kampfgeist und Einsatzfreude. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, tschüss und bye bye, euer Martin. Bis zum nächsten Mal.